Studieren, so geht's! Wohnungssuche Horrormeldungen zu Semesterbeginn in vielen Hochschulstädten. Der Wohnraum ist knapp. Wer glaubte, mit der Bewerbung um einen Studienplatz das Schlimmste hinter sich zu haben, der hat sich da vermutlich geirrt. Denn preiswerter Wohnraum ist knapp und Studentenwohnheime haben oft lange Wartelisten. Was also könnt ihr tun, um ein Dach über den Kopf zu bekommen? Dieser Frage wollen wir in diesem Film nachgehen. Für eine erfolgreiche Wohnungssuche haben wir folgende Tipps für euch. Das Wichtigste vorab. Wenn ihr nicht irgendwo auf der Couch oder im Hotel schlafen möchtet, zählt hier, so früh wie möglich anfangen zu suchen und zu informieren. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Erstens, Zettel in der Hochschule aushängen. Das gute alte schwarze Brett, sozusagen analog, hat noch nicht ausgedient. Hier könnt ihr in der Mensa oder in eurem Institut einen Zettel aushängen. Zweitens, einen Wohnheimplatz ergattern. Das deutsche Studentenwerk verfügt über eigene Wohnanlagen an Hochschulorten. Über studentenwerk.de könnt ihr das Studentenwerk eures Hochschulortes finden. Die meisten Wohnanlagen haben eigene Internetauftritte. Oft kann man sich hier einfach online um einen Wohnheimplatz bewerben. Drittens, Inserate bei der Zeitung. Viele Wohnungsvermieter inserieren nach wie vor in der Zeitung. Oft enthalten die Mittwochs- und Samstagsausgaben Wohnungsangebote. Übrigens, man kann hier auch selbst ein Inserat zur Wohnungssuche aufgeben. Viertens, Social Media. Oft können euch Freunde weiterhelfen, die bereits an einem Ort studieren. Suchen kann man in sozialen Netzwerken. Einfach den Leuten eine Nachricht schicken mit der Bitte, Hinweise auf freie Zimmer zu geben. Fünftens, Onlineportale suchen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Websites, über die ihr Onlinewohnungen finden könnt. Sechstens, der Makler. Sicherlich die kostspieligste und eher seltene Variante. Denn es fallen oft Vermittlungsgebühren in Höhe von zwei Monatsmieten an. Daher sollte man sich das gut überlegen. Unser Tipp für eine erfolgreiche Wohnungssuche? Erzählt jedem, den ihr kennt, dass ihr auf Wohnungssuche seid und fangt frühzeitig an zu suchen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020